Der Monsemble verdient man 250 Mark. Nie wieder arm. Ihre freie Liebe entspricht nicht gerade der Moral der feinen Berliner Gesellschaft. Hat er was verkauft? Nein. Das liegt an mir. Wovon soll wir leben? Mascha! Was soll die Puppe denn kosten? Käthe Kruse hat das Kind fürs Kind erfunden. Würde gerne die Puppen sehen? Wir alle. Käthe, ich werde nicht von deinen Puppen leben. Ich bin verpflichtet, ihn zu lieben. Deine Puppen sind dabei, ein Welterfolg zu werden. Du musst sie dir schützen lassen. Wozu? Das sind alles Stornierungen. Warum will niemand mehr unsere Puppe? Imitation der Käthe Kruse-Puppe. Das sind Kopien von meinen Puppen. Die Puppen-Macherin Käthe Muses, Platz gegen Wink, Europas größten Spielzeugkonzert. Warum sollen Ihre Puppen schützenswert sein? Für mich liegt in diesem Haufen Schmutz die ganze Welt. Die Puppen-Macherin Käthe